Das ganze Leben schien sich für mich wie auf den Kopf gestellt zu haben. Auf der einen Seite schien ich angekommen zu sein, auf der anderen Seite war ich immer noch weiter weg, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Tag war lang, die Nächte kurz. Zum ersten fragte ich mich, wie lange das noch hielt. Zum zweiten fragte ich mich, ob es überhaupt jemals gehalten hatte. Aber niemals hatte ich mich gefragt, wenn ich auf eine Antwort kommen würde. Oder ob es diese Antwort überhaupt irgendwo gäbe. Ledus, spontan, im August 2013.